Mit voller Kapelle zum Finale. Die ARD sorgt beim EM-Endspiel in Berlin für eine Premiere. Schweini mit Esther oder Schweini mit Bommes? Diese Frage stellten sich in den vergangenen knapp vier Wochen immer wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den EM-Spielen in der ARD. Vor allem das Duo Esther Settlacek, 38, und Bastian Schweinsteiger, 39, hat es den Fans angetan. An der Seite der Moderatorin ist der zu seinen TV-Anfängen eher steife Experte sichtlich aufgeblüht. ARD mit voller Besetzung beim EM-Finale. Für Fans der beiden gibt es gute Nachrichten. Beim EM-Finale zwischen Spanien und England am Sonntag, 14. Juli, 21 Uhr, wird Schweinsteiger ein letztes Mal an der Seite von Settlacek im Einsatz sein. Allerdings gibt es eine Neuerung. Zum krönenden Abschluss der Europameisterschaft muss sich die ehemalige Sky-Frau ihren Experten mit anderen teilen. Wie die ARD am Donnerstag mitteilte, moderieren Settlacek und Alexander Bommes, 48, die Finalsendung in Berlin gemeinsam. Und auch Torhüterin Almut Schult, 33, kommt noch einmal als Expertin zum Einsatz. Aus dem Duo wird ein Quartett. Das erste überträgt live ab 19.15 Uhr. Wie jedes EM-Spiel ist auch das Finale zudem bei Magenta TV zu sehen. Für Bommes sinkt damit immerhin die Gefahr, dass er plötzlich wieder selbst Gespräche führen muss. Beim Halbfinale zwischen England und den Niederlanden hatte ihn Schweinsteiger einfach stehen gelassen, weil er sich mit Oranje-Spieler Deli Blind, 34, unterhalten wollte. Ich habe meinen Experten verloren. Aber das ist völlig in Ordnung, sagte Bommes, schlüpfte kurzerhand in eine Doppelrolle und beantwortete seine Fragen an den Experten einfach selbst. Kommentiert wird das Finale von Tom Bartels, 58, an seiner Seite ist der frühere Nationalspieler Thomas Hitzelsperger, 42. Thomas Bräuch, 43, ist als Experte bei der Audio-Live-Reportage mit dabei.